Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein kleines Wunschvideo und zwar zur Aussprache des Wortes möglichst. Beginne am besten mit der Konsonantenverbindung st. Achte darauf, dass das stimmlos ist und das wirklich aspiriert. Jetzt fügst du den Ich-Laut dazu. Mach eine kleine Pause, ungefähr so. Und dann ohne Pause. Jetzt kommen G und L noch mit dazu. Das klingt dann so. Ein kleiner Tipp, mach doch eine Pause auf dem Ich-Laut, denn der ist am schwierigsten in dieser Kombination. Gleichst. Jetzt kommt nur noch der erste Teil des Wortes dazu. Mach auch hier noch eine Pause. Möglichst. Möglichst. Und dann natürlich ohne Pause. Möglichst. Möglichst. So, das war's für heute. Wenn du dir mal ein Wort wünschen möchtest, dann schreib mir einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.